Fragen und Antworten von 31 bis 40 31. Haben Sie Geschwister? Hast du Geschwister? Do you have siblings? Ich habe einen Bruder und eine Schwester. 32. Wie oft gehst du ins Kino? Wie oft gehen sie ins Kino? How often do you go to the movie theater? Ich gehe oft ins Kino. 33. Wie groß sind sie? Wie groß bist du? 1,75 Meter 34. Wie viel wiegst du? Wie viel wiegen sie? How much do you weigh? Ungefähr 68 Kilo. 35. Wo kaufen sie ihre Kleidung? Ich kaufe meine Kleidung im Kleidergeschäft oder im Kaufhaus. 36. Was ist ihr Lieblingszimmer? Mein Lieblingszimmer ist Arbeitszimmer. 37. Welche Netzwerke kennen sie? Ich kenne Facebook, Whatsapp, Instagram. 38. Welche Netzwerke nutzen sie? Ich nutze Whatsapp und Instagram. 39. Wie ist ihr Familienstand? Ich bin ledig. Ich bin verheiratet. Ich bin geschieden. 40. Bist du ledig? Sind sie ledig? Ja, ich bin ledig. Nein, ich bin verheiratet. 40. Bist du ledig? Ja, ich bin alles. 41. Wie war ich jetzt? Ja, ich bin alles.